Einen wunderschönen guten Morgen. Ich mag gar nicht aufstehen, es ist so gemütlich hier im Bett. Kennt ihr das? Aber erst mal rausgucken, eigentlich hatten die heute Regen angesagt. Mal sehen, wie das Wetter aussieht. Es sieht nicht so nach Regen aus. Bewölkt, aber es muss ja nichts heißen. Ich werde erst mal rausklettern. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitrön-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. So, jetzt gibt es erst mal Frühstück. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt sind doch glatt ein paar Holzfäller gekommen. Aber dieses Geräusch kenne ich ja. Ich arbeite ja selbst mit der Kettensäge daher. Kann ich es wegschalten? So, tschüss Svenna. Wir gehen jetzt hier zu unserer Wanderung. Und später kommen wir zurück und dann suchen wir uns einen neuen Stellplatz. So, ich muss noch mal zurück. Was man nicht im Kopf hat, das hat man in den Beinen. Es ist recht frisch. Ich hole mir doch noch eine Jacke. Und dann habe ich noch Taschentücher vergessen. Ah ja, ist nicht weit gewesen. 100 Meter. Es ist wieder sehr windig. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Aber schaut mal mega, oder? Da habe ich doch tatsächlich noch die Lichtgrabenhöhle gefunden. Ich blende euch mal ein Foto ein. Auf Punkt 2 ist sie auf meiner Tour markiert bei Komoot. Auf Punkt 1 führt die Navigation hin. Und da, wo mein Strich endet, da bin ich jetzt. Und hier ist sie. Alter, traue ich mich nicht. Wollt ihr hier alleine weitergehen? Es geht jetzt gleich rechts rum. Nee, nee, lieber nicht. Ich kehre lieber wieder um. Da ist der Eingang zur Höhle. Sieht aus wie im Hexenwald. Ah, ich finde den Ort hier echt mystisch. Gibt so ein bisschen Herzklopfen. Da hinten ist die Höhle. Und hier knacken andauernd die Bäume. Boah, gruselig. Ich bin hier auf meiner Tour. Und dann warten hier los. Hallo. Da macht jemand Hundetraining im Wald. Ich habe mich gewundert, was da so rumsteht. Da ist der Hund. Bestimmt Rettungshundenausbildung. Ach, da sitzen noch mehr im Wald. Also die Tour, die ich mir heute hier ausgesucht habe, ist für mich jetzt persönlich etwas langweilig. Schaut euch mal die Wege an. Die ganze Zeit. Also hätte ich auch mit dem Auto fahren können. Ja, nee, also ist eher was für Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind. Boah, schaut mal. Alles Blaubeeren. Der ganze Wald. Alles Blaubeeren. Soweit das Auge reicht. Bis da hinten. Es regnet voll. Das macht natürlich auf einer Wanderung auch keinen Spaß. Ich habe jetzt Werner hier auf so einen Supermarktparkplatz geparkt. Und schaue mir jetzt Gießweinstein an. Von Weitem sieht es erstmal vielversprechend aus. Sehr groß ist es nicht, aber hier sieht es ja recht interessant aus. Da gehen wir jetzt hin. Ich finde, Kirchen sind immer so beeindruckende Bauwerke. So, jetzt schauen wir mal, Viva zu dieser Burg kommen. Ich sage euch, das geht steil nach oben. Und auch steil nach unten. Und schaut mal, da drüben ist auch noch irgendwie eine Art Ausguck. Da stehen sogar Leute. Hu 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 hu. So, jetzt noch einmal die Kombination. komplette Stadt im Überblick. Über den Dächern von Gießweinstein. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein in das Gebäude. Das war früher, oh, es knarrt alles, alles so schön mit Holz. Und jetzt, das ist übrigens das romantische Zimmer. Der Stuhl sieht ein bisschen unbequem aus. Also, das würde mir schon besser gefallen als das romantische Zimmer. Das ist die Keminade. Und das Bett ist so mega cool. Da sitzt der Froschkönig drin. Tatsächlich sitzen hier schon eine ganze Weile Menschen. Schaut mal. Die haben sich wohl verplaudert. Nichts darf, Mann. Ich wollte mich jetzt dazu setzen und ein schönes Foto für euch machen. Dann ist hier ein Tor davor. Jetzt fliegt hier einer Drohne. Da oben ist sie. Da zieht echt eine fette Wolke auf. Schaut mal, so alt waren die hier noch gar nicht. Der letzte Nachfahre ist 2013 gestorben. So, ich gehe jetzt hier diesen Felsensteig bergab. Ich hoffe, dass ich trotzdem am Auto wieder rauskomme. Ein uriger Weg. Mein Weg führt durch eine Höhle. Ich hasse Höhlen. Ah, Gott sei Dank war sie nicht so lang. Ui, jetzt geht es weiterhin bergab. Da wird geklettert. Da wird gesichert. Schaut euch mal den Baum an. Der führt hier ganz gerade am Fels nach oben. Ich habe wieder ein schönes Plätzchen gefunden. und ich stehe ganz alleine. Bis jetzt jedenfalls noch. Die Straße ist ein bisschen zu hören, aber das stört mich weniger. Und jetzt gibt es erst mal Abendbrot. Ist alles so schön grün. Ah, ich höre einen Wasserlauf. Darum ist es alles so schön grün. So, dann will ich mir mal was zum Essen bereiten. Futtern wie bei Muttern. Boah, schaut euch mal den Himmel da hinten an. Ich fahre jetzt zum nächsten Stellplatz. Der eben hat mir nicht so gut gefallen. Da war auch so laute Musik vom Nachbarhaus. Aber jetzt sind wir gleich da. Schauen wir mal. Hier muss irgendwo gleich ein Parkplatz kommen. Mit diesem wundervollen Sonnenuntergang. Der neue Platz gefällt mir viel besser. Schaut mal, hier ist der Stausee Liebenstein. Und, boah, schaut euch doch mal den Himmel hier an. Das ist heute der Wahnsinn hier. Hat es tatsächlich da gerade geblitzt? Sah so aus. Aber es donnert nicht. Selbst wenn, ich habe keine Angst vor Gewitter. Nur verhöhlen. Und, boah, ich gehe jetzt hier nochmal eine Runde spazieren. Weil der Parkplatz in der App von Heinz sah irgendwie ganz anders aus. Aber schauen wir mal. Ach, der Platz ist viel schöner. Seht ihr, Werner? Da steht sie. Ich versuche mal zu zoomen. Schön gemütlich, die Glocken läuten. Herrlich. Da hinten ist irgendwas. Da laufe ich jetzt noch hin. Direkt hier vorne unter dem großen Baum. Sieht aus wie eine kleine Kapelle. Na, schauen wir mal. Ja. Eine kleine Kapelle. Mit richtig vielen frischen Blumen. So schön. So. Aber jetzt gehe ich zurück zu Werner. Ich muss noch ein bisschen was am Computer machen. Und dann geht's ab in die Federn. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, Abo dalassen. Glocke nicht vergessen. Bald geht's auf Balkan-Tour. Na denn. Gute Nacht. Habe ich eine halbe Stunde gearbeitet. Und guck mal. Es sieht immer noch so gut da draußen aus. Es ist jetzt schon 21.45 Uhr. Und so sieht's ja aus, wenn ich arbeite. Da ist mein Küchenlicht an. Hier kann ich mir die Beine lang machen. Ich baue mir das Bett immer noch nicht um, weil ich es gemütlicher auf der Toilette finde, wenn ich die Beine nach unten machen kann. Ja. Darum mache ich's mir jetzt immer hier so gemütlich. Aber der Platz reicht völlig aus. Schaut mal. Könnte sogar noch weiter. Ja. Und hier oben ist es ja breit genug. Boah. Schaut mal, was denn hier passiert. Geht es euch auch manchmal so? Ihr macht das Laptop aus. Und alles ist ganz normal. Dann macht ihr's wieder an. Und dann... Was ist das? Ich wünsche euch jetzt jedenfalls eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.